Das ist ja ein sehr trauriges Lied, ja. Das ist sehr traurig und man merkt aber erst am Schluss oder in der Mitte, dass es sehr traurig ist. Da schenken wir lieber Wein ein und da singen wir nicht so blöd und dumm. Das ist ein sehr trauriges Lied. Ich hatte einst ein altes Rad, ein Waffenrad mit Zwischenstab, mit Zwischenstab, mein Herrenrat. Ich erinnere mich an einen schlechten Tag, schlecht, weil ich mich getrennt gerührt hab. So fuhr ich fort mit Waffenrad, mit Zwischenstab. Die Matratze hinten drauf, ich hab echt Russhaar. Gebunden mit Draht, so fuhr ich fort mit Waffenrad, mit Zwischenstab, gebunden mit Draht. So ging es also dann bergab, bremst quietschend vorbei am Schafbergbad. So fuhr ich fort mit Waffenrad, mit Zwischenstab, gebunden mit Draht und Schafbergbad. Doch kam ich an am Hannovermarkt, Ottmargasse 38 und heilfroh. So fuhr ich fort mit Waffenrad, dass es sich nicht mehr reimt. Doch wie steig ich jetzt ab, vom Herrenrad mit Zwischenstab, hinten eine Matratze gebunden mit Draht. Wie steig ich jetzt ab und lang vorbei das Schafbergbad. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020